Die Musikstücke sind für mich wie Orte, wie Räume, die ich besuche, in die ich hineintrete und miterlebe. Alle haben ihre eigene Stimmung und Farbe, eigenen Duft, eigenen Puls und eine besondere Wirkung auf mich. Jeder Ort ruft in mir nach unterschiedlichen Verhaltensformen. Manchmal darf ich mich ganz frei dem Moment überlassen, manchmal lege ich mich auf den Pulsschlag und fliege mit. Und anderswo beobachte ich nur, bin ein Teil des Raums und wieder woanders passe ich mich an die örtlichen Gebräuche an. Also bemühe ich mich, den ungeschriebenen Regeln zu folgen. Im Rückblick sind wir uns über den Verlauf des Weges nicht mehr ganz sicher. Wir wissen aber, dass wir bei der Reise dabei waren und wo angekommen sind. Jede an ihrem Ort. Das Faszinierendste bei der Musik ist für mich, dass wir sie nicht fassen können, sie uns aber fasst. Wir können sie nicht berühren, aber sie berührt uns. Das Faszinierendste bei der Musik ist für mich. Untertitelung des ZDF, 2020